Die Spannungsmessung ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit den Grundbegriffen. Um die Spannung zu messen, benötigt man ein Spannungsmesser. Diesen schließt man parallel an den Verbraucher oder den Erzeuger an, wie es im Bild auch veranschaulicht wird. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.